Um GeoGebra für ein Koordinatensystem einzustellen, gehen wir auf den Menüpunkt Ansicht, Layout, bei früheren Versionen, Ansichtoptionen. Hier suche ich einfach alle möglichen Menüpunkte nach dem Begriff Koordinatengitter. Das erscheint hier und mache ein Hagel. Das Koordinatengitter wird sichtbar. Ich kann hier Linien, Arten ändern und diese Linie an Art of Bed machen. Wichtig ist noch die Einstellung der X- bzw. Y-Achse. Wenn man die speziell vornehmen will. Ich kann die X-Achse aus- und einblenden. Ich kann die Zahlenwerte aus- und einblenden. Ich kann nur positive Werte in der positiven Achse anzeigen lassen. Dasselbe geht auch bei der Y-Achse. Hier stellt man die Beschriftung ein. Ich schreibe dann weg bzw. wenn ich sie wieder haben will. Als X-Achse. Um einen möglichst großen Arbeitsbereich zu bekommen, kann ich hier noch Änderungen machen. Mit dem Datenverschiebezeichenblatt kann ich mir das Koordinatensystem auch so hinrichten, dass es möglichst groß dargestellt wird. Hier fehlt mir noch die Beschriftung Y-Achse. Daher gehe ich wieder Ansicht layout. Ich suche hier Koordinatengitter in den Einstellungen. Und dann die X-Achse. Die Beschriftung. So ein Y-Achse. Und dann die Beschriftung. So ein Y-Achse. Und dann die Beschriftung. So ein Y-Achse. Vielen Dank.